Peru News heute alles, was sie über Peru wissen müssen. Ein Leben lang. Richa Lison erzielte das 1 zu 0 für Brasilien, aber der war annullierte das Spiel wegen Abseits. Der war brauchte etwa sieben Minuten, um die Abseitsposition von Richa Lison zu bestimmen. Es hat ewig gedauert. Der war annullierte das 1 zu 0 Brasiliens gegen Peru am zweiten Spieltag der Südamerika-Qualifikation nach Richa Lisons meisterhaftem Kopfball. Das Treffen begann mit einem entschlossenen Peru. Tatsächlich war er kurz nach zwei Minuten kurz vor dem ersten, aber die Stürmer konnten das Spiel nicht stoppen. Dann übernahm Brasilien das Mittelfeld. In der 17. Minute erzielte die Mannschaft von Fernando Geniz den ersten Treffer durch Rapinha, doch der Linienrichter annullierte den Spielzug wegen einer Abseitsstellung. Es war jedoch nicht die einzige klare Aktion von Cana in Haar. In der 29. Minute erschien Richa Lison im Strafraum und brachte die Führung auf die Anzeigetafel. Nach ein paar Minuten teilt der war dem Hauptrichter mit, dass er das Stück überprüfen wird. Zur Überraschung aller dauerte die Entscheidung etwa sieben Minuten. Am Ende annullierte der Schiedsrichter das Tor des Tottenham-Spielers. Peru vs. Brasilien – gestätigte Aufstellungen Peru, Pedro Galese, Aldo Corzo, Renato Tepir, Luis Abram, Miguel Trauco, Wilder Cartagena, Yoshimar Jotun, Markus Lopez, Andi Polo, André Carillo, Paolo Guerrero, Brasilien, Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhes, Renan Lodi, Casemiro, Bruno Guimaraes, Rafinha, Richa Lison, Neymar und Rodrigo. Peru News Today Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.